Meine Oma war vor langer Zeit schon einmal knapp am Tod vorbeigeschrammelt. Seitdem war sie wohl nicht mehr dieselbe und hatte immerzu mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bevor sie starb, konnte sie kaum noch Treppen steigen oder spazieren gehen, hatte immerzu Atemnot. Bei einem Spaziergang am Kaiser-Ludwig-Kanal hielt sie immer wieder inne und stützte ihre Hände auf die Knie, bedeutete uns mit einer wegwerfenden Handbewegung schon weiterzugehen. Vielleicht ist der Tod gar kein von uns gehen, sondern vielmehr ein Stehenbleiben und alle anderen gehen weiter. Was natürlich der Erfahrung widerspricht, dass mit dem Tod einer Angehörigen erst einmal einiges zum Stillstand kommt. So wie bei uns. Bei dem Spaziergang blieb sie irgendwann auf einer Bank zurück und wir gingen weiter. Auf dem Rückweg haben wir sie dann wieder eingesammelt. Im Nachhinein denke ich mir, wir hätten uns vielleicht zu ihr setzen sollen. Ich bin damals um sollten, wir nicht so weit zu ihr leben. Das war der Drei-Fuhr. Hallo! Ich muss da rein! Okay, Arthur ist zu! Okay. I don't know. Weiter. Was machst du jetzt? Ich geh jetzt wieder zu meinen Eltern in die Oberpfalz. Die haben deine Unternehmen. Was machen die denn? Regenschirme. Regenschirme? Regenschirme sind gut, die kann man immer brauchen. Regenschirme sind super. Nur meine Eltern sind nicht zu ertragen. Ich mag ja die Kleinen besonders, diese Knirpse. Die dann so schnell ausfahren, weißt du? Dieses Mechanische, das finde ich irgendwie total super. Weißt du, erst schießt so der Stiel raus. Und dann faltet sich dieser Schirm auf. Und das alles in so einer abgehackten mechanischen Bewegung. Das kennt man heute fast gar nicht mehr. Weißt du, das ist glaube ich so eine Faszination für die Schönheit dieser Bewegung. Wie bei so einer alten Dampflokke oder so einem Uhrwerk, wo man die ganzen einzelnen beweglichen Teile sieht. Und wie das alles so ineinander greift. Und ich finde, das hat echt eine Schönheit. Da ist eine richtige Elegance drin. Ich habe mal eine Kasdorf-Inszenierung gesehen. Da liefen alle die ganze Zeit mit so Regenschirmen rum. Sechs Stunden oder so. Kasdorf? Ja, weiß ich gar nicht, was Kasdorf war. Aber es war sehr lange. Cool. Also, wenn du noch einen Job brauchst oder so. Ich glaube, meine Eltern suchen noch in der Fertigung. Ich bleib hier, ich mach hier so und es soll ja auch was Vitales geben. Und Förderung. Ja gut dann. Viel Glück. Ja, halt zum Beinbruch. Soll gelten. Toi, toi, toi. Tschüss. Drum starb sie an Hunger. Drum starb sie an. Teile hat er sie genug. Zum Sprechen. Atem ist gefährlich. Atem ist tödlich. Alles, Herr Thea. Atem. Aber es war notwendig. Um das Theater zu retten, mussten wir das Theater töten. Hey, Oma, ich weiß gar nicht ob du mich gerade hören kannst auf jeden Fall, स Ich wollte dir nur sagen Ich glaube, das habe ich dir nie gesagt Ich habe dich sehr lieb Und ich habe dir das als Kind nie gesagt Weil ich gar nicht wusste, wie viel du damit zu tun hast, wer ich heute bin Ich meine, du hast mir Schwimmen beigebracht Du hast uns bekocht Du hast mir bestimmt 400.000 Mal die gleiche Gute-Nacht-Geschichte erzählt Weil ich dich drum gebeten habe Und ich hatte so oft keine Lust auf Hausaufgaben Und irgendwie hast du mich trotzdem dazu gekriegt Ich bin dir wahnsinnig dankbar Und ich habe heute so viele Fragen, die ich damals nicht hatte Ich werde dich nicht vergessen Du wirst immer in Erinnerung bleiben Danke, Oma Ich werde dich vermissen Und ich werde dich lieben Meine sehr geehrten Damen und Herren Ich möchte euch alles sagen Mensch oder Tier Nein Nein Was mein Kollege sagen möchte, sehr verehrte Damen und Herren Liebe Menschheit, liebe Tierwelt, liebe Fauna und auch liebe Flora Wir müssen Ihnen leider eine sehr traurige Mitteilung machen Der chinesische Schwertstör Größter Süßwasserfisch der Welt Es ist ausgestorben Ausgestorben Trotz intensiver Suche über mehrere Jahre Wurde keines dieser Tiere gesichtet Es gibt sie nicht in Gefangenschaft Man kann sie also auch nicht nachzüchten Wir haben sie verloren Ja, also Der Süßwasserstör ist voraussichtlich ausgestorben Also in der Rückschau Nicht voraussichtlich Ich sollte nicht voraussichtlich sagen So ist unsere Vermutung, denken wir Wir werden ihn also heute für ausgestorben erklären Ich habe nie eines dieser Tiere lebend gesehen Außer bei YouTube Da gibt es doch dieses Video Paddlefish Swimming of a Living Fossil mit Mozart-Strauss-Musik Ja, 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 doch, das habe ich auch gesehen Da sieht man, wie beeindruckend dieses Tier ist Also beeindruckend Nicht, nicht, nicht schön Aber wirklich sehr Aber bitte, welches Tier ist schon sofort schön? Und muss denn alle Fische schön aussehen? Ja, also wir haben im gesamten Verbreitungsgebiet Nach dem Tier gesucht Im Trüben gefischt Könnte man sagen Vergeblich Wir gehen davon aus, dass die Einführung des Gezu-Wahr-Staudammes Die Tiere von ihren Leichtgründen abgeschnitten hat Sie hatten keine Möglichkeit mehr, sich Naja, also Vorzupflanzen Vorzupflanzen? Spitzung! Vorzupflanzen Vorzupflanzen Also die Menschen hatten keine Fischtreppe oder ähnliches eingerichtet Wobei ich mich schon frage, ob die riesigen Tiere überhaupt in der Lage gewesen wären, so eine Fischtreppe zu benutzen Beziehungsweise wie groß hätte diese Treppe sein müssen Und wie teuer Bewehrt gewesen? Bewehrt gewesen! Bewehrt gewesen! Bewehrt gewesen in ihrer Hybris Seine ledrige Haut mit nur wenigen Schuppen glänzte silbrig Wir werden deiner lange gedenken, Chinese Paddlefish Bewehrt gewesen! Das heißt Ruhe in Frieden! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es tritt eine regelrechte Schreibhemmung ein beim Gedanken an das Ertrinken, beim Gedanken dieser Sache gerecht werden zu wollen, zu müssen, den Tod nicht kleinkriegen können. Der Tod ist groß und monolithisch, unbezwingbar wie das Meer. Und doch ist der Tod nicht das Sterben. Und es ist auch nicht das Sterben, es ist nicht das Ertrinken, sondern die Schuld Europas, die uns verstummen lässt. Es ist Scham, die uns wegsehen lässt, die wir austreiben müssen. Es ist Angst, die wir zurückweisen müssen. Es ist Verantwortung, die übernommen werden muss. Und deshalb kann man keinen Text darüber schreiben, der sich einfühlt, der ein Gefühl vermittelt, der sich gemein macht, weil wir als Kontinent das Sterben ignorieren, kleinreden, leugnen und verheimlichen. Und diese Scham macht uns sprachlos und unfähig zu trauern. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! I'm looking at the staff, it isn't me, population complete, I think I am a girl, I don't gotta fish in everything, don't say that's wrong, I trust no tone, things out of calm, we hope without nothing, so... Ich bin heute sehr traurig, dass du damit heute nur, nur, nur tot bist. Ach, weißt du, aussterben, das ist doch nur so ein abstrakter Begriff. Sterben muss jede für sich allein, das kann man ganz einfach so konstatieren. Was soll das, was sich jemandem, sich jemandem, sich jemandem, bringe? Das ist das Vorrecht der Toten. Ich muss nicht, weil ich euch alle sagen, was soll mir nur gut so bringen, weil ich, dass ich, eure, deine, für, jetzt schon, für, für immer, tot ist. Hast du das jetzt entschieden? Ich hab mich immer mal da draußen gemacht, als muss ich euch alle sagen, welche und hier. Ich hab mich immer mal, 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 mal gemacht, hab. Das hab ich mich sofort erzählen! What? Ja, das war schon sehr schön. Vielleicht solltest du das, das habe ich entschieden, weglassen. Ich finde, es geht sehr viel um dich und es sollte mehr um mich gehen. Um uns! Genau! Auf uns! Erzähl doch lieber mal was über mich. Wie war mein Leben so? Ich kenne dich, krach doch nicht! Wie stellst du dir denn mein Leben vor? Ähm, 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 du... Nein, ähm, 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 du, du schwimmst im Meer! Ja, ähm, 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 du frechst du deinen Angel! Nee, nee, nicht diese Gemeinplätze. Vielleicht eher sowas wie, der Schwertstür schwimmt, pfeilt schnell durchs trübe Wasser des großen Strohs. Er hat die Beute schon lange geordnet. Er spürt, wo sie ist. Er muss sie nicht sehen. Er hättet sich an sie und verschlingt sie mit einem großen Biss. Der kleine Fisch hatte keine Chance zu entkommen. Zu elegant, der Jäger. Einer eleganten Wasserliege gleich trifft er immer ins Ziel. Verfehlt nie seine Beute. Ja! 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 Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo?